Konjunktion sofern verwendet wird, um eine Bedingung oder Voraussetzung auszudrücken. Zum Beispiel, sofern. 1. Ich komme zum Meeting, sofern ich rechtzeitig fertig werde. 2. Sofern es nicht regnet, machen wir einen Spaziergang im Park. 3. Sofern du heute Abend Zeit hast, könnten wir uns auf einen Drink treffen. 4. Sofern du mich rechtzeitig informierst, kann ich dir helfen. 5. Sofern ich keine anderen Pläne habe, komme ich gerne zur Party. 6. Sofern das Wetter mitspielt, werden wir das Picknick im Park genießen. 7. Sofern ich die Chance bekomme, werde ich ins Ausland reisen. 8. Sofern ich mich nicht irre. 9. Sofern die Ware rechtzeitig ankommt, wird die Lieferung pünktlich sein. 9. Nebensätze mit der temporalen Konjunktion Wenn 1. Ich werde dich anrufen, wenn ich zu Hause bin. 2. Wenn ich ein Buch lese, vergesse ich oft die Zeit. 3. Ich esse kein Fleisch, wenn ich vegetarisch essen möchte. 4. Wenn ich eine Pause brauche, gehe ich in den Park. 5. Wenn ich traurig bin, höre ich gerne Musik. 6. Wir können schwimmen gehen, wenn das Schwimmbad geöffnet hat. 7. Ich gehe spazieren, wenn das Wetter gut ist. 8. Wenn ich ein Buch lese, vergesse ich oft die Zeit. 9. Ich werde dir helfen, wenn du es möchtest. 10. Wenn ich eine Präsentation halten muss, bereite ich mich gründlich vor. Grammatik lernen einfach, wir freuen uns auf ihr Abonnieren. Nebensätze mit der temporalen Konjunktion. Während 1. Ich lese ein Buch, während ich im Zug sitze. 2. Während ich im Stau stehe, höre ich oft Hörbücher. 3. Ich gucke gerne Fernsehen, während ich koche. 4. Ich schreibe gerne, während ich im Café sitze. 5. Ich lerne Deutsch, während ich in der U-Bahn fahre. 6. Während ich dusche, höre ich gerne Musik. 7. Ich esse normalerweise Obst, während ich arbeite. 8. Während ich auf den Bus warte, beantworte ich E-Mails auf meinem Handy. 9. Ich räume das Haus auf, während ich mit meinem Mann telefoniere. 10. Während ich Wäsche wasche, höre ich Podcasts. Grammatik einfach lernen. Wir freuen uns auf ihr Abo. Nebensätze mit als 1. Ich habe eine neue Sprache gelernt, als ich im Ausland gearbeitet habe. 2. Ich habe den Film schon gesehen, als er im Kino erschienen ist. 3. Als ich jung war, habe ich mich immer gefragt, was ich später machen werde. 4. Ich konnte nicht glauben, was ich sah, als ich den Unfallort erreicht habe. 5. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, als ich die Nachricht gehört habe. 6. Als ich gestern spazieren gegangen bin, habe ich meinen Freund getroffen. 7. Ich habe die Stadt verlassen, als ich mein Studium abgeschlossen habe. 8. Ich konnte nicht schlafen, als ich Kaffee am Abend getrunken habe. 9. Ich war sehr aufgeregt, als ich mein Diplom erhalten habe. 10. Als ich ein Kind war, habe ich oft mit meinem Hund gespielt. 10. Wir freuen uns auf ihr Abo. 10. In diesem Video lernen Sie Nebensätze mit der temporalen Konjunktion sobald. 11. Sobald ich das Buch gelesen habe, gebe ich es dir zurück. 12. Sobald du fertig bist, kannst du gehen. 13. Sobald ich zu Hause bin, werde ich dir Bescheid geben. 14. Ich werde das Licht ausschalten, sobald ich ins Bett gehe. 15. Wir werden mit dem Essen beginnen, sobald alle Gäste eingetroffen sind. 16. Sobald wir in Berlin sind, melden wir uns bei dir. 17. Ich werde das Geschirr abwaschen, sobald ich mit dem Essen fertig bin. 18. Ich werde die E-Mail beantworten, sobald ich sie gelesen habe. 19. Sobald das Restaurant öffnet, werden wir dort essen gehen. 20. Sobald das Baby schläft, können wir fernsehen. 20. Grammatik einfach lernen, vergessen Sie nicht den Kanal zu abonnieren. 21. Grammatik mit Beispielen lernen. 21. Gegensatz zwischen zwei Sätzen mit Obwohl ausdrücken, Obwohl ist eine Konjunktion mit Nebensatz, das heißt, das Föp steht am Ende. 21. Obwohl es regnet, gehe ich trotzdem spazieren. 22. Ich werde weiterhin joggen gehen, obwohl es kalt wird. 23. Obwohl ich ihn nicht gut kenne, vertraue ich ihm. 24. Obwohl ich viel lerne, fällt mir die Prüfung schwer. 25. Obwohl das Hotel nicht sehr luxuriös ist, hat es einen tollen Blick aufs Meer. 26. Ich werde die Prüfung bestehen, obwohl ich nicht viel gelernt habe. 27. Obwohl sie müde ist, kann sie nicht einschlafen. 28. Obwohl ich Hunger habe, kann ich nichts essen. 29. Ich werde das Meeting leiten, obwohl ich keine Erfahrung habe. 10. Obwohl er wenig Erfahrung hat, nimmt er die Herausforderung an. Deutsch lernen einfach, wir freuen uns auf ihr Abo und ihre Unterstützung. Gegensatz mit der Konjunktion sondern ausdrücken. Der erste Satz soll mit Nicht oder Kein verneint sein. 1. Sie nimmt keine Straßenbahn, sondern das Fahrrad. 2. Ich arbeite nicht von zu Hause aus, sondern im Büro. 3. Er hat keine Lust auf Pizza, sondern auf Pasta. 4. Sie kauft nicht bei Amazon, sondern im örtlichen Geschäft. 5. Ich fahre nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad zur Arbeit. 6. Wir haben keine Zeit für einen Film, sondern für eine Wanderung. 7. Sie interessiert sich nicht für Fußball, sondern für Basketball. 8. Wir fliegen nicht nach Spanien, sondern nach Portugal. 9. Ich sehe nicht fern, sondern lese ein Buch. 10. Ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee. 10. Sie dienen dazu, einen kausalen Zusammenhang oder eine Begründung auszudrücken. 10. Beispielsätze 1. Ich habe den Bus verpasst, deshalb musste ich zu Fuß gehen. 11. Er hat sich viel Mühe gegeben, deshalb hat er die Prüfung bestanden. 12. Ich bin erkältet und fühle mich schwach, deshalb bleibe ich heute zu Hause. 14. Sie hat sich nicht gemeldet, deshalb habe ich angenommen, dass sie keine Zeit hatte. 15. Er hat viel Geld gespart, deshalb konnte er sich ein neues Auto kaufen. 16. Ich habe den Kuchen verbrannt, deshalb muss ich einen neuen backen. 17. Die Veranstaltung wurde abgesagt, deshalb mussten wir unsere Pläne ändern. 18. Ich habe den Zug verpasst, deshalb bin ich zu spät zur Arbeit gekommen. 19. Das Wetter war schlecht, deshalb haben wir den Ausflug abgesagt. 20. Ich habe viel gelernt, deshalb bin ich zuversichtlich für die Prüfung. 20. Denn wird verwendet, um eine Begründung, Erklärung, Ursache oder Fortführung anzugeben. 20. Beispiele 21. Ich kann nicht kommen, denn ich bin krank. 22. Er hat viel gelernt, denn er möchte gute Noten bekommen. 23. Ich brauche einen Regenschirm, denn es regnet. 24. Sie konnte nicht an der Veranstaltung teilnehmen, denn sie hatte andere Verpflichtungen. 25. Er hatte eine gute Idee, denn er hatte intensiv darüber nachgedacht. 26. Ich werde früh aufstehen, denn ich habe einen wichtigen Termin. 27. Wir müssen das Auto reparieren lassen, denn es macht komische Geräusche. 28. Sie hat das Spiel gewonnen, denn sie war sehr gut vorbereitet. 29. Er musste den Zug nehmen, denn sein Auto war kaputt. 30. Ich habe ihn eingeladen, denn er ist ein guter Freund von mir. 30. Aber wird oft verwendet, um eine Kontrastbeziehung zwischen zwei Aussagen herzustellen. 31. Ich möchte gerne ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit dafür. 32. Das Essen im Restaurant war köstlich, aber der Service ließ zu wünschen übrig. 33. Ich war müde, aber ich konnte einfach nicht einschlafen. 34. Er hat viel Talent, aber er muss noch hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. 35. Die Sonne scheint, aber es ist trotzdem ziemlich kalt draußen. 36. Ich hatte viel zu tun, aber ich habe es trotzdem geschafft, rechtzeitig fertig zu werden. 37. Die Präsentation war gut strukturiert, aber sie war etwas zu lang. 38. Er ist ein guter Schüler, aber er muss sich mehr auf seine Hausaufgaben konzentrieren. 39. Die Reise war teuer, aber sie war es definitiv wert. 40. Sie ist sehr talentiert, aber sie ist oft zu schüchtern, um es zu zeigen. 40. Grammatik mit Beispielen lernen 41. Bevor ich ins Bett gehe, putze ich immer meine Zähne. 42. Ich räume das Zimmer auf, bevor ich Besuch bekomme. 43. Bevor ich Auto fahre, überprüfe ich immer den Ölstand. 44. Ich trinke einen Kaffee, bevor ich mit der Arbeit beginne. 45. Bevor ich meine E-Mails lese, mache ich ein paar den Übungen. 46. Ich koche das Abendessen, bevor meine Familie nach Hause kommt. 47. Bevor ich einen Film anschaue, hole ich mir etwas zu trinken. 48. Ich gehe einkaufen, bevor der Laden schließt. 49. Bevor ich in den Urlaub fahre, packe ich meine Koffer. 49. Bevor ich eine Entscheidung treffe, überlege ich mir die Konsequenzen. 49. Deutsch lernen einfach. 49. Wir freuen uns auf Ihr Abo und Ihre Unterstützung. 49.